Pssst, Leute, wir müssen jetzt drei Dinge grillen und dabei ganz leise sein. Aber es gibt auch ein paar Schwierigkeiten und los geht's. Go! Du musst zu Hause auch immer leise sein, als Mama nicht wach wird, oder? Das ist voll gefährlich, was du machst. Den wach ich da, die Sippe. Tut ihn wieder weg. Leider runter, sehr offreicht. Die Sippe. Bounce. Upsen. Beleza. Zeige. Das ist so glücklich. Wir müssen die Sippe schatten. Bähig. Ich habe in der Nähe des Drei. Pfeffer. Jetzt haben wir ganz leise gegrillt. Ihr könnt entscheiden, wer das am besten gemacht hat. Ich hab einen Tipp.